Sag mal, Tori, hast du eigentlich gerade eine Freundin? Warum interessiert dich das auf einmal? Naja, du warst schon zu unserer Schulzeit immer total begehrt. Und jetzt arbeitest du bei Marukawa, einem der besten Verlage des Landes. Da kannst du dich vor Angeboten doch bestimmt nicht retten, oder? Dank einer gewissen Person habe ich gar keine Zeit für Beziehungen. Ich schaffe es ja nicht mal jemanden kennenzulernen. Wie willst du das jemals wieder gut machen? Ah, schon klar, tut mir leid. Aber mein Herz gehört schon jemandem. Hä? Im Ernst? Du stehst also auf jemanden? Hast du es ihr denn schon gestanden? Noch nicht. Ist es denn einseitig? Tja, vermutlich. Wie ist sie denn? Ist sie hübsch? Meinst du, das könnte was werden mit euch? Ich glaube, meine Gefühle werden eher nicht erwidert. Ah? Na? Untertitelung des ZDF, 2020